Halleschön Leute und Willkommen zu Let's Play Tether Symphonia Dawn of the New World im Let's Part Hat sich Wollte die Schmarte opfern, doch wir sind jetzt retten gegangen und kämpfen jetzt gegen Hawk Der uns nicht mehr gehen lassen will Aber man sollte sich nicht mit uns anlegen Es tut nur weh, wie man sieht Und frisst das Wieder schöne 10.000 Schaden und jetzt noch eins auf Aua Friss Es macht zwar nicht so viel Schaden, aber immerhin etwas Du, wie lange bist du noch in deinem Overlimmon? Kannst du mir das mal verraten? Ähm Äh Ein Nass-Kummi-Anriegel Hier Vielleicht will ich mich mal alle in Ruhe lassen Er ist schon wieder im Overlimmon Kannst du mal stehen bleiben Danke und hier Teufelshellenfeier Bei Bossen immer schön Mystic Arts Spam, wenn man es kann Nihihihi Macht halt am meisten Schaden dann Also macht sauviel Schaden Zack Oh, der Schaden gefällt mir schon wieder richtig gut Hier, kriegt auch nochmal eins auf Aua danach ab Nihihihi Schon 13.000 Und jetzt kriegst du nochmal ein paar Schaden Ein bisschen Schaden ab 14.000 Richtig gut Du, ich hab keine TP mehr Oh mein Gott So Lasst es Ha Au Ha Nimm das Dem sein Overlimit Das nervt mich Man kann Der schreckt ja nicht mehr zurück Aber nun heißt es 4 gegen 1 Er dürfte keine Chance mehr haben Hör Ich brauch kein Over Kein Mystic Arts für dich Level up Richtig nice Saphia hat das Art überwältigern Okay Richtig gut Marto und Emil sind wieder Lass Oh oh Daddy Marta You're the descendant of the noble Silverant dynasty And yet you associate with these low-born peasants Have you no shame Daddy Are you still obsessing about that? The Silverant dynasty has no bearing on who we are right now I see you've yet to realize the significance of your heritage What do you think you're doing? Consortium with filthy scum like yourself Has obviously clouded my daughter's mind Taste the mighty power that has been granted to me By Solum's car Oh oh Ist das jetzt auch wieder so ein optionaler Kampf oder Vergiss es Schon mal wer Schaden genommen hat Nope Das ist so ein Kampf der gescriptet ist Also der Kampf endet an der Zeit Was zum Komm her Wow Wieso heilst du mich jetzt auf einmal so viel Matsch Nimm das Matos Die will aufs Maul haben Leute Lass die Wut jetzt an ihrem Vater Hier Zack Ey Oh gut Meine Nimm Au 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 Wüstung Gina She died Oh sie lebt schon wieder Ich hab sie aber nicht wiederbelebt Kriegst ein Teufelsfeuer ab Auch wenn du keinen Schaden nimmst Egal Nimm das Nimm das Yeah Es treffen eigentlich leider nicht alle Schläge Ich mach jetzt mal kein Einvolper Auf au border Zieht das gerade nur nicht länger den Kampf Und so lange brauchen wir den Kampf auch nicht Keiner Kampf enden Bitte Ja, 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 geendet. Okay. Creepy. Ja. This has gone on long enough. I can't let you humiliate me in front of Commander Brute anymore. Emil! Farewell, little boy! No, daddy! Huh? Get out of my way! Now's our chance. Let's go! Da hört sie mir niemals zugetraut, dass er jemanden als Schutzschutz verwendet. Richtig gut. Das hast du schön gemacht, Emil. Das war wenigstens einer der Bösen. Der gerade von seinem Commander erschrocken wurde. Und schnell weg hier. Regal? Regal! Was hast du für wartet? Was geht? This man Brute is extremely skilled. If we waste time fighting here, more Vanguard will arrive and we'll be captured. It would certainly be reckless for us to fight in earnest against an opponent who's using the power of Solum's core. Sheena! Regal, just hang on. We'll be back for you. Go! Regal hat die Gruppe verlassen. Shit! Nicht gut. It's already morning. Come on, we need to get out of the city. Riko! Daddy! Marta! If we stay here, what Regal did will be for nothing. Yeah. Emil's right. Come on, let's hurry! Okay, dann schnell. Raus aus Altamira. Wie schnell ich den Namen der Stadt vergessen habe. Egal, raus hier. Schnell! Schnell! Was in der Welt ist hier passiert? Die ganze Stadt hat geflogen. Und du bist frei? Wie hast du sogar hier? Magie! Der Matherbrook wird mich verrückt! Es sieht aus, dass unsere Probleme nicht vorbei sind. Ich werde dich nicht wegwerfen lassen! Crescentstrike! Pursaea? Das Ort ist gefährlich. Komm mit mir! Von hinten! Voll weggehauen! Pssch! Wir müssen jetzt gut sein. Wer bist du? Mein Name ist Prisea Combatier. Prisea war ein unserer Schauspieler auf der Rehörung der Welt. Aber was machst du in Altamira? Ich bin, wenn ich alle sagen müssen, was in Lezerrino passiert ist, was passiert in Ozzett passiert. Aber ich bin jemanden von der Stadt Mizuho. Ich habe mich herausgefunden, die Situation hierherbe. Also habe ich mir zu helfen. Sie können nicht nach einem besseren Zeit kommen. Geh diese beiden in ein bisschen sicher. Ich muss zurück nach Altamira gehen. Wenn Sie helfen, Regal zu helfen, bin ich auch gekommen. Nein, Sie müssen Marta schützen. Regal? Hat er etwas mit ihm passiert? Er ist auf die Vanguard gegen ihn selbst. Marta und Emil können Sie in auf die Details beitragen. Sheena... Ich verstehe nicht, was passiert, aber ich nehme dich zu irgendwoher sicher. Du kannst mich in, wenn wir da kommen. Genau. Danke. So, nice. Kritisch. Kritisch 2. Objektfinder, Objektfinder 2. Ne, Köder brauchst du nicht. Kombo Plus. Ja, das war es eigentlich. Was hast du denn für eine Ausrüstung so? Franziska... Blablabla. Was kannst du für Arzt? Automatische Objekte verbiete ich. Okay, dann... Wohin denn? Wohin denn? Altessas Haus. Hui! Kapitel 7. Wiedererweckte Erinnerungen. Das vorletzte Kapitel. Was ist das? Was ist das? Es scheint, dass es ein Punkt ist. Das ist meine Schuld. Die Vanguard machen das, um mich zu holen. Wir müssen finden einen anderen Weg nachher. Aber ich bin sicher, dass sie überall checken werden. Leave das mit mir. Um... Was ist das? Es ist ein Iron Maiden. Marta, bitte in die Zeit. Es ist das gleiche, Dex hat. Was ist das? Warum hast du eine von diesen? Das ist ein Good Luck Charm von Lezzeraino Mystic Supply. Ein subsidiär von Lezzeraino. Ich mache Charms selbst. Und Lezzeraino Mystic Supply wollte ich collaborate. Ich habe mir das als ein Sample. Dex hat gesagt, dass er das Ding mit dem Mail-Order bekommen hat. Nur aus Curiosität. Wenn du sagst Good Luck Charms, was wir sagen? Sie sagen, dass wenn du eine Farbe von jemanden, die du hier liebst, in diesem Ort, 765 Tage später, du findest du Glück zusammen. Prisea, ist es jemanden, die du in mindest? Das ist ein Geheimnis. Aber warum hast du diese Iron Maiden mit dir? Ich bringe sie zu Altamira, damit ich sie zurückgebracht habe. Aber es war unmöglich mit der Stadt unter Kontrolle von Vanguard. Also habe ich sie in den Busch hier. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das sage. Aber Marta, vielleicht sollte du in diese Sache sein. Was? Aber sie werden wissen, dass ich da, nachdem sie die Tür öffnen. Es wird okay. Alles klar. Um, kann ich dir helfen, dass ich das carry? Ich bin gut. Los geht's. Wir leben in Ozett. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Was ist das mit dir? Das ist meine Iron Maiden. Es ist ein Schirm guter Glück. Wir sehen uns was im Hintergrund. Nein. Du... Du... Du wird verratiert. Das schreckliche Kurs wird jemanden, der diese Iron Maiden öffnet, bevor er seine Wille bezieht. Erstens, du erlebstst du Schmerz und Diarrhe für 77 Stunden lang. Dann, für die folgenden 777 Tage, der König von Dämonen erscheint und legt seinen Finger auf deine Nose, jeden Tag. Aber wenn du gut mit dem, dann öffnest du es und schützt. Ich denke, dass ich für das falle. Ich verstehe. Bitte, die Schütze ist alles dein. Ich verstehe. Geh. Geh. Nein, das ist okay. Geh weiter. Okay, dann. Das war das sehr beeindruckend, Preseia. Ich bin so Angst, er wird es öffnen. Mein Herz ist noch zu spüren. Diese Iron Maiden hat eigentlich einen internen Lid. Für jemanden, der es öffnet, wird es öffnen. Wirklich? Ich hatte keine Idee. Hier. Ein Dwarf namens Altesa, lebt vorne. Wir können in seinem Haus gehen. Tschüss. Ja, Leute. Altesa Haus. Ich würde sagen, weiter machen wir es zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.